Musik Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Es gibt so viele Möglichkeiten eine Beziehung zu gestalten. Wäre schön, wenn Micky endlich mal Privatleben und Beruf trennen könnte. Bevor wir verheiratet waren, war alles in Ordnung. Aber irgendwas stimmt mit diesem Ehering nicht. Herzliche Freirektur. Der unglücklich verheiratete Mann. Dieser Maschert ist nicht mehr bei mir. Warum müssen Frauen immer alles verkomplizieren? Das ist doch ein klares Vorurteil. Hallo? Natürlich ist es auch die Faszination des anderen Körpers. Bevor Kinder da sind, kriegt man schon mal Panik. Aber dann schauen sie sich an uns. Ob sie es nun glauben oder nicht, ich bin kein Typ für eine Nacht. Wenn ich gewusst hätte, wie kompliziert eine Scheidung ist. Ich hätte nie geheiratet. Ich glaube nicht, dass eine Frau aufbiegen und brechen einem Mann braucht. Also, ich bin kein Typ für Asbestes. Das hängt mich irgendwie ein. Ich bin kein Typ für Asbestes. Das�� legal. Bis zum nächsten Mal.